Wir legen ganz gemütlich an, aber ich habe auch gesagt, ihr könnt euch aussuchen, weil ich sage, wir spielen in meinen Hafen hineinfahren. Da haben wir gesagt, wir spielen Tage wie diese von den Toten Hosen. Ist das okay oder soll man was anderes machen? An dieser Stelle noch einmal ein Riesentank für den jungen Mann hier rechts von mir. Findet Memo, ich habe ihn gefunden. Wir haben uns im August kennengelernt und seit August vermeide ich nur Spaß mit ihm, oder? Seit August ist eigentlich alles ganz easy, ganz lustig. Wo ist der Alex? Ich wollte euch noch bedanken. Wo ist der Alex? Da ist er. Meine Damen und Herren, er hat uns eine Platte gemacht. Da ist er, Alex Klier, Sportfreundin Stiller, Ärztin Raymond und so weiter und so fort. Der größte Tontechniker der Welt. Ein Riesenapplaus von Alex. Und natürlich, weil er an der Pfalz steht und schon wieder ein halbe Bier in der Hand hat, meine Damen und Herren, unser Bremser. Die Braun-Trauser-Situation, der anderen am Fluss. Auf geht's. Wo ist der Michi? Und der Alex? Da ist der Alex. Ganz schüchtern da hinten. Und der Alex. Ein Riesenapplaus von Alex. Und da ist er. Jetzt habe ich gefunden. Meine Damen und Herren, Michi Angermeyer, Junior. Der Junior-Chef in der Flüserei. Michi, lass dich sehen. Auf geht's. Komm. Jetzt will ich die Hände auf. Auf geht's. Komm mal. Wir fahren unsere Flosseinfahrt in den Hafen von Strassland. Es ist übrigens der größte Bienenhafen auf der Isar. Macht nichts. Da fangen wir mal klar. Hier sagt der Wolf. Hier wir go. Da braucht man's. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag Und tonst vor Freude über den Asphalt Als Gerbsenrhythmus, als Gerbscheinlied Das mich immer weiter durch die Straßen zieht Komm dir entgegen, um dich abzuhören Wie ausgemacht Zu derselben Uhrzeit Am selben Treffpunkt Wie letztes Mal Freunde, ich brauch die Hände, sonst ist das langweilig. Komm mal. Hier saßt den Ring Der Mensch und Menge Warnen, Bierfund Die altbekannten Weg Die Gassenruhe Zu den Isar Zerassen Über die Brücke Was hin zu der Musik Wo man da aufsüßt Wo man da aufsüßt Und abzunehmen Wo die anderen warten Mehr zu starten Und abzugehen So, jetzt hat's hier dran Jetzt bin ich spannend Auf geht's An Tagen Wuscht man sich noch Endlichkeit An Tagen wie diese Haben wir noch ewig Zeit Wuscht ich mir noch Endlichkeit Und abzunehmen Jetzt Es ist ewig Ewig vor heute Steht mich still Und abzunehmen 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 Erleben wir das Beste Keine ist in sich Eine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen kurz vor unserer ersten kleinen Pause Da vor dem Grün ist unsere Kamera, winkt's mal in die Kamera, auf geht's! Alle Tage wie diesen, wüsst man sich auf Endlichkeit Alle Tage wie diesen, haben wir noch ewig Zeit In dieser Nacht der Mitte, die uns zu viel verspricht Erleben wir das Beste Keine ist in sich Erleben wir das Beste Keine ist in sich So, meine Damen und Herren, das war der erste Teil von der Flosan, wir bedanken uns beim Hansi Schroeder, auf geht's! Rocker-Holigs-Boom, du Finkbäller! Hat wieder keiner mitgekriegt, Hansi, ich weiß Sag's das nochmal! Also hat wieder keiner mitgekriegt, pass auf, jetzt sind wir Rocker-Holigs-Boom, du Finkbäller! Ja, das lang schon, nicht übertreiben, gell, ein bissel netter Applaus hätt's schon da, ne? Oh mein, oh mein, oh mein, oh, bis wir angelegt haben, auf geht's! An Tagen wie diesen Wünscht man sich An Tagen wie diesen Haben wir noch ewig Zeit In dieser Nacht In dieser Nacht der Nächte Wo sind die Hände Die uns so tief verspricht Wir brauchen die Hände Wie das Beste Keine ist in sich An Tagen wie diesen Wünscht man sich Und spannt sich An Tagen wie diesen Wünscht man sich An Tagen wie diesen Haben wir noch ewig Zeit In dieser Nacht der Nächte Die uns so tief verspricht Erleben wir das Beste Keine ist in sich Keine ist in sich Erleben wir das Beste Keine ist in sich Keine ist in sich Kurze Mittagspause 4 Minuten Platz Zeit 5 Stunden Danke schön, liebe Ladies!